Norddeutscher Rundfunk 2021 Der letzte Tag ist manchmal sehr mühsam, aber auch schön sein. Wie ist es? Angst ist wichtig, dann kann man so eine Limite pushen. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Drei Food und Trocherungen dazu. Lieblingsessen Lieblingsessen Das Klima in den Bergen hat seine eigenen Gesetze. Plötzliche Wetterumschwünge, stürmische Winde, anhaltender Schneefall, messender Nebel und intensive Sonneneinstrahlung. Der Alpinist erlebt am Körper enorme Temperaturschwankungen. Ein Rucksack ist ein ständiger Begleiter und seine Aktivitäten sind geprägt von Stop and Go. Deshalb brauchen Alpinisten eine Funktionswäsche, die auf Veränderungen rasch reagiert und in der sie sich wohlfühlen. Bei jedem Wetter, in jeder Situation. Wenn ich im Fels oder in Eis bin und das Gefühl habe, mein Körper ist im Eingang mit der Natur, das ist für mich Symbiose. Die Symbiose, zum Beispiel du und der Mensch, das ist eine Symbiose. Oder wenn ich draußen bin, der Fels und ich sozusagen. Ein Team von Bergsteigern, Wissenschaftlern und Textilingenieuren ist angetreten, um ein ambitioniertes Ziel zu erreichen. Die Entwicklung der besten, funktionellen Unterwäsche für Alpinisten und Outdoorsportler. Die Alpine Underwear von Mammut. Der menschliche Körper besteht aus verschiedenen Klimazonen, die auf sportliche Belastung, Wärme und Kälte unterschiedlich reagieren. Während bestimmte Zonen schnell auskühlen, produzieren andere Wärme. Aus zwei Welten das Beste. Wenn natürliche und synthetische Fasern geschickt kombiniert werden, entstehen Materialien mit herausragender Funktionalität. Symbiose nutzt die spezifischen Eigenschaften von Merino-Wolle und Mikrofasern. Das Material mit einem hohen Anteil an Merino-Wolle liegt auf Körperzonen, die einen erhöhten Wärmebedarf haben. Die leichtere Variante mit einem höheren Anteil an Mikrofasern liegt auf Körperzonen, die rasch überschüssige Wärme produzieren und schwitzen. 100% Polyester-Mikrofasern werden für Zonen eingesetzt, die intensiv schwitzen und wenig kälteempfindlich sind. Optimaler Stoff an optimaler Stelle mit optimaler Linienführung. Wie der Sportler am Berg seine Linie findet, hat Mammut mit seiner Sportswear eine innovative Antwort auf eine essentielle Frage gefunden. Wie bleibt der Körper in klimatischen Extremsituationen leistungsfähig? Die perfekte Linie am Berg ist gar nicht so einfach zu finden, aber wenn man es einmal findet, ist es eine wahnsinnige Ästhetik. Wenn ich genau diese Linie sehe und genau sehe, so schaut das aus und da fängt es an, da ist es aus. Wenn ich das dann klettern kann, das ist schon ein Wahnsinn. Es ist einfach so lässig und das gehört einfach total dazu. Für mich sollte eine Linie etwas persönlich sein, ein Wahl, auf den anderen nicht unbedingt denken. Eine Linie originale. – Ernst spenden! Lieblings Untertitelung des ZDF, 2020